Yeah, baby. Und die ersten Worte, die ich zu jeder Sendung sage, sind Halleluja. Yeah, baby. Halleluja ist der Triple. Und jetzt? Jetzt will der Hase in Stage starten. Aber warte, warte. Das ist doch taktisch nicht clever, die Leute anzuspritzen, auf die du springen willst. Oder? Das ist doch taktisch nicht intelligent, oder?